hallo liebe freunde ich begrüße euch zu einem neuen video ja noch mal vom wilhelm straßenfest und da habe ich eine mülltonne gefunden jetzt zeige ich euch mal schaut mal was da drauf steht ich bin nicht voll ich kann noch fahren ja jetzt sind mein kumpel und ich hier der jürgen übrigens ja das ist jürgen mit den haaren auf dem kopf auch ein bisschen glitzer drin so jetzt haben wir da was gefunden wir sagen auch nicht die marke dass es turmbräu ist und dass es das bei rewe gibt und wenn diese mülltonne noch nicht voll ist das zeige ich euch noch mal kann man doch nachhelfen dann mal rein hier schön rein damit jetzt ist er voll die tonne und da ist nichts mehr mitfahren in diesem sinne haben wir wieder was gelernt ich wünsche euch noch viel spaß hier ist noch mal der jürgen macht's gut euer sven